Herzlich willkommen auch von mir zur Coffee Lecture Effizienter Lernen mit YouTube. Mein Name ist Frank-Wald Schmidt-Dietz und ich komme von der Universitätsbibliothek der JLU Gießen. In der Coffee Lecture befasse ich mich zunächst mit der Frage, warum es sich lohnt, sich mit effizienterem Lernen mit Videos zu befassen. Anschließend geht es um das Wie. Hier bekommen Sie eine Vielzahl von Tipps und Werkzeugen an die Hand. Alle nutzen Lernvideos und die Suche startet meist bei YouTube. Ist das nur ein Hype oder bieten Videos vielleicht auch handfeste Vorteile gegenüber synchronem Lernen in Präsenz? Videos erlauben das Lernen im eigenen Tempo. Ich kann anhalten, eine Pause machen, wenn die Konzentration nachlässt oder ich Notizen machen möchte. Habe ich etwas noch nicht verstanden, kann ich zurückspulen und Wichtiges wiederholen. Ist etwas für mich nicht relevant, dann spule ich vor. Sprich, der Referent für mich zu langsam kann ich beschleunigen, gleichzeitig bleibe ich konzentrierter und bin schneller fertig. Bei fremdsprachlichen Videos kann ich das Tempo auch reduzieren. Die Angebotsvielfalt erlaubt mir, ein anderes Video zu schauen, wenn ich mit einer Erklärung nicht zurechtkomme. Jedoch geht auch immer mehr wertvolle Lebenszeit für das Anschauen dieser Videos drauf. Schlechte Videos und falsche Betrachtungstechniken rauben unnötig Zeit und Nerven. Im Laufe ihres Lebens werden Wochen, wenn nicht gar Monate zusammenkommen, die sie dadurch nutzlos wegwerfen. Es lohnt sich daher, sich einige effiziente Techniken anzueignen, die erstens helfen, Lebenszeit zu sparen und zweitens zu einer besseren Behaltensleistung führen. Sie kennen das vielleicht aus der Arbeit mit wissenschaftlicher Literatur. Drei Dinge sind besonders wichtig. Die richtige Auswahl, also eine gute Recherche. Gute Werkzeuge, die sie unterstützen, z.B. eine Literaturverwaltung wie Citavi. Das Anwenden der richtigen Lesetechnik. Bei Videos ist das im Grunde genommen genauso. Als Hauptwerkzeug habe ich mir das Portal YouTube herausgegriffen, dass sich um die populärste und vielfältigste Videoplattform mit einem bemerkenswerten Funktionsumfang handelt. Vieles können Sie aber auch auf andere Portale übertragen. Sie sehen hier den YouTube-Kanal der Universitätsbibliothek, auf dem Sie später auch die Aufzeichnung dieser Coffee Lecture finden werden. Fast alles lässt sich mit der Maus steuern. Die Grundfunktion mit Play, Pause und dem Springen kennen Sie alle. Wir schauen uns diese in der ersten Demo an. Wir sehen das Vorschaubild und die dynamische Vorschau. Nach der Auswahl kann angehalten, wieder abgespielt und gesprungen werden. Auch hier gibt es eine dynamische Vorschau. Viele Videos stellen auch ein Inhaltsverzeichnis bereit. Das ist sehr hilfreich, da man so den Aufbau des Videos sehr gut nachvollziehen kann und auch die einzelnen Kapitel direkt angesprungen werden können. Achten Sie bei der folgenden Animation daher auf die markierten Bereiche und auf die gelbe Mausmarkierung. Lassen Sie sich nicht von dem Inhalt des Videos ablenken. Etwas unterhalb der Timeline klicken Sie auf die Kapitelbezeichnung. Dann öffnet sich das Inhaltsverzeichnis automatisch rechts und hier können Sie gezielt die einzelnen Kapitel aufrufen. Markieren zum Verbessern bearbeiten. Praktisch ist zum Beispiel die erweiterte Suche, die ihr über das Untertitel sind in der Regel in verschiedenen Sprachen durch die automatische Übersetzung verfügbar. Wir versuchen in unseren Videos jedoch auch die Original-Skripte bereitzustellen. Insbesondere bei fremdsprachlichen Videos sind die Untertitel eine große Hilfe. Entweder kann man die Originalsprache oder aber die Übersetzung anzeigen lassen. Diese Funktion ist auch von Bedeutung für die Barrierefreiheit des Videos. Sie können den Bereich übrigens auch an andere Bildschirmstellen verschieben und das Layout verändern. Achten Sie bei der folgenden Animation auch hier auf die markierten Bereiche. Auch hier finden Sie ein Symbol in der Steuerleiste zum Ein- und Ausblenden und in den Optionen rechts daneben legen Sie die Sprache und das Layout fest. Im Optionenbereich können Sie auch die Wiedergabegeschwindigkeit an Ihr Lerntempo anpassen. Die Geschwindigkeit kann in Stufen maximal verdoppelt werden. Und klickt den passenden Treffer an. Hier findet ihr neben den Artikeln der Person auch Metriken zu dieser, welche etwas über deren Bedeutung in der Wissenschafts-Community aussagen. Dazu müsst ihr allerdings mit eurem Google-Konto angemeldet sein oder eines anderen. Und natürlich kann man auch verlangsamen. YouTube beherrscht verschiedene Anzeigemodi. Neben der Standardansicht gibt es einen Kino-Modus, die Vollbildansicht und einen Mini-Player, der das parallele Weitersuchen ermöglicht. Auch das schauen wir uns in der Animation kurz an. Und zurück geht zur Standardansicht. Die Maussteuerung hat auch Nachteile. Die Suche nach der verpassten Stelle in der Abspielleiste raubt Aufmerksamkeit und ist umständlich. Hier helfen Tastatur-Shortcuts. Die wichtigsten zeige ich Ihnen nun. Mit der K-Taste oder der Leertaste können Sie anhalten und erneut abspielen. Das ist ideal für kurze Nachdenkpausen, um das Gesagte zu verarbeiten. Das Google speziell für wissenschaftliche Literatur. Mit der Nach-Links-Taste springen Sie 5 Sekunden zurück, mit J 10 Sekunden. Vor geht es mit der Nach-Rechts-Taste oder mit L. Halten Sie die Tasten gedrückt, ist es ein schneller Vor- bzw. Rücklauf. Auch für die vielen weiteren Optionen gibt es Tastenkombinationen, zum Beispiel für die Geschwindigkeit oder die Lautstärke. Ich habe für Sie ein Cheat-Sheet für diese Tastenkombinationen erstellt, das Sie einfach herunterladen und ausdrucken können. Sie finden es in unserem Ilias-Bereich unter ilias.uni-gießen.de und dort im Ordner weitere Themen. Den Link finden Sie im Chat und später in der Videobeschreibung. Auf Mobilgeräten sind viele Befehle mit Fingertipps bzw. Gesten möglich. Auch dafür habe ich ein kleines Demo. Die Videobeschreibung mit dem Inhaltsverzeichnis kann geöffnet und geschlossen werden. Beim Drehen des Bildschirms öffnet sich das Video automatisch im Vollbild. Und mit mehrfachem Tippen rechts oder links sorgt man für Sprünge. Auch hier kann die Kapitelansicht geöffnet werden, um zum Beispiel schnell zur passenden Stelle zu springen. Ein gutes Video enthält eine Videobeschreibung, in der oft weiterführende Informationen oder Quellangaben zu finden sind. Auch das Inhaltsverzeichnis mit den Zeitangaben befindet sich hier, wenn eines angelegt wurde. Über gute Werkzeuge haben wir gerade ausführlich gesprochen. Man kann sich gerade auf YouTube natürlich einfach treiben lassen. Der Algorithmus hat meist viele Vorschläge, die das eigene Interesse treffen, insbesondere wenn man eingeloggt ist. Für diese Art von Unterhaltung braucht es keine Strategie, allerdings sind die Lerneffekte meist auch eher gering. Möchte man YouTube hingegen gezielt für Lernen oder den Erwerb bestimmter Skills verwenden, gibt es bessere Herangehensweisen. Zunächst gibt es ja viele Videoarten. Es kann sich um einen Vortrag handeln wie diesen, der Ihnen zudem einige Skills mitgeben möchte. Vielleicht handelt es sich aber auch um eine Vorlesungsaufzeichnung, eine Podiumsdiskussion oder eine Anleitung zu einer komplexen Software. Vielleicht lerne ich damit Mathe oder will meine Yoga-Skills verbessern. Faustregel, je mehr Zeit ich in das Lernen mit Videos in einem bestimmten Bereich einsetzen möchte, desto mehr lohnt eine gründliche Recherche vorab. Dazu bietet YouTube eine Reihe weiterer toller Werkzeuge wie zum Beispiel Wiedergabelisten, Playlists oder Später ansehen. Diese kann ich nutzen, um mich zu orientieren und Interessantes zu sammeln, anstatt auf das erstbeste Video zu klicken. Wie finde ich nun eigentlich die richtig guten Videos? Vielleicht habe ich Präferenzen für einen bestimmten Erklärtyp oder ich lege Wert auf die Kompetenz der Erklärenden. Auch die Qualität eines Videos spielt eine Rolle. Neben gutem Bild und Ton gehört auch eine aussagekräftige Beschreibung dazu. Hinweise auf die Qualität bekommt man auch durch die Videokommentare, die Abrufzahl und das Verhältnis von mag ich zu mag ich nicht. Bei richtig guten Videos schaue ich üblicherweise auch in den Kanal und abonniere ihn gegebenenfalls. Die Verwendung guter Suchbegriffe hat einen erheblichen Einfluss auf die angezeigten Treffer. Präzisieren Sie lieber einmal die Begriffe, anstatt lange durch die Listen durchzublättern und bei mittelmäßigen Videos hängen zu bleiben. Es lohnt auch, sich einmal englischsprachige Videos anzuschauen, weil das Angebot dann natürlich deutlich höher ist. Wenn Sie die richtigen Videos gefunden haben, können Sie sich an das Betrachten machen. Auch hier gibt es unglaublich viel Potenzial durch die richtigen Techniken. Die Tastaturbefehle kennen Sie nun. Für effizienteres Lesen gibt es die PQ4R-Methode. Preview, Question, Read, Reflect, Recite und Review. Übertragen auf Videos bedeutet das? Erstens, Überblick verschaffen, zum Beispiel mit dem Inhaltsverzeichnis. Zweitens, Fragen an das Video formulieren. Was möchte ich nach dem Betrachten genau wissen oder können? Drittens, Betrachten im eigenen Tempo mit den beschriebenen Tastenkombinationen. Viertens, Anhalten und über Argumente nachdenken oder eine Technik direkt ausprobieren. Fünftens, Ordnen Sie die einzelnen Videobausteine für sich, zum Beispiel wieder mit dem Inhaltsverzeichnis oder einer Mindmap. Sechstens, Ordnen Sie das Gesamtvideo in seinen Kontext ein und sichern Sie es gegebenenfalls in einer Playlist, einem Lesezeichen oder mit Schlagworten, damit Sie es später wiederfinden. Idealerweise betrachten Sie das Video anschließend erneut. Sie werden sehen, dass Sie bereits viel mehr verstehen als beim ersten Mal. Das dauerhafte Behalten kann nun weiter durch die Techniken des Spaced Repetition und des Active Recall gefördert werden. Dahinter verbirgt sich die zeitversetzte Wiederholung. Vor dem erneuten Betrachten versucht man vorab, sich jedoch an die wichtigsten Inhalte zu erinnern. Ich komme zum Ende. Bevor Sie das nächste Mal auf den Playbutton eines Videos drücken wollen, stellen Sie sich diese drei Fragen. Erstens, ist das meine Lebenszeit wert? Zweitens, wie hole ich das Beste für mich raus? Und drittens, habe ich mir das Cheat-Sheet schon an die Pinnwand geheftet? Herzlichen Dank. Fragen können Sie gerne im Chat oder per Mikro stellen. Jederzeit im Nachgang auch per Mail oder im Video in den Kommentaren.